Wir haben auch einige Ideen, was wir uns für den Hausbau noch an Materialien wünschen. Also ich hätte noch für ein Haus eine gute Idee, dass es so etwas gibt, was eingemaut ist und stofft ist, was die Nivelle anzieht. Ich würde empfehlen, dass das Haus außen und innen blau ist. Ich würde empfehlen, dass man innen an der Wand so eine Decke machen kann, dass man sich schön hinkuscheln kann und hinhocken kann. Und welche neuen Ideen habt ihr?